Top-Rotan. Mir gefällt sehr gut der freundliche Empfang, die freundlichen Leute und auch die Methode mit der Berlitz die Sprache einem lernt und gleichzeitig auch die Nähe zu meinem Wohnort. Ich gehe sehr gerne auf den grünen Markt und da hilft es immer, wenn man die Sprache versteht, wenn man die Obstsorten benennen kann und vor allen Dingen, wenn man auch den Preis versteht. Ja, einmal wurde ich von der Polizei aufgehalten und ich habe verstanden, was er von mir wollte und ich konnte ihm erklären, dass ich eigentlich Serbisch noch nicht gut so verstehe und dann ist er auf Englisch hat er mich weiter angesprochen. Auf jeden Fall, weil die Kursmethode ist sehr auf den Bedarf der Schüler ausgerichtet. Einerseits auch für die Geschäftssituation, andererseits auch für den täglichen Bedarf und die Lehrer gehen sehr gut auf den jeweiligen Schüler ein. Das ist meine Erfahrung.